steinachs und dann machen wir jetzt noch eine spitzacke okay das heißt geht bei dir die sonne runter oder siehst du die sonne kaum weil dann weiß ich nämlich wo ich hingehen muss bei mir genau vor mir geht die sonne unter und es wird langsam knapp wenn ich sehe ich falls ihr euch jetzt fragt warum der das alles jetzt so weiß ich guck auf die kürze da könnten wir auch so eine glaswand machen ja so ein panoramafenster meinst du ja genau hinter dem let's play ich gucke ja das let's play alle drei folgen lang okay ich sortiere das jetzt gerade mal eben das heißt schwert kommt würde ich mal sagen an den anfang machen wir das so die schaufel kommt hier drüber was zu essen kommt kann allerdings ach ja genau im ofen oder ich mach direkt mal zwei öfen weil die brauchen wir was öfter das war jetzt einmal zu viel und gleich macht ja du hattest recht bei mir hat es gemacht okay ich mache ich leuchte hier mal direkt ein bisschen aus weil damit die qualität nicht so schlecht ist ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich jetzt ist auch direkt ein bisschen heller hier boah alter ich habe gerade einen schreck bekommen okay ich habe 18 kohle ah ja genau ach da kommst du da sehen wir den lieben fork zwei herzen okay ich gucke hier gerade die ganze zeit ich setze die jetzt einfach mal provisorisch hier einfach mal nebeneinander und leg du ja mal ganz eben die kohle rein so hier ist pflaster und jetzt kommen die ersten hühnchen hier raus so hier ist ein abendessen ich bin immer noch umgerecht jetzt haben wir noch zwei wieder noch eins für dich bitteschön und das letzte hier ist für mich und dann braten wir direkt noch aus dem letzten feuer oder aus den letzten blut die wir noch haben noch ein bisschen cleanstown weil er sieht ja auch ganz schick aus okay und falls jetzt mal ein enderman kommt kann ich mir mal die türbis auf den kopf setzen und ich hab Angst vor alter das sieht schlimm aus okay jetzt bin ich immerhin vor enderman geschlitzt ich hab noch kürbis in der truhe aber du konntest jetzt endlich mal unsere betten platzieren damit wir endlich mal fennen können aber ich bin kein weicher ich nehme mal den kürbis wieder vorm kopf das macht hier so hoch ja dann mach mal bitte die betten stellen würde genau wohl einmal hier und einmal hier okay jetzt haben wir auch keine ehelbe und wieder nacht nacht genau nacht okay lass die betten jetzt einfach mal stehen oder und hier ja komm lass uns jetzt erstmal hier das ein ebnen damit video ausbauen können okay die cleanstowns tue ich jetzt mal die wir jetzt schon haben tue ich noch ein bisschen mehr die tue ich schon mal in der truhe und wofür brauchen wir denn cleanstowns ehrlich ja wir wollen ja nicht immer alles aus koppelstown bauen das ist ja langweilig weil da ein skeletteter ist das ein scharf da vorne meine ich ne das ist ein scharfintern scharfintern hähähä spanking okay ich gehe mal eben wieder zur kleinen minen stelle wo war ich jetzt überhaupt hier vorne glaube ich alles hier nicht doch hier ging es reingemacht macht uns auch nur gedreht ein paar fackeln also wir haben wir schon mal ich habe noch frei und ich fange schon mal an mit unserem haus ja ja mach ein schönes großes haus am besten und damit ihr wieder alles schon hinten seht ihr macht hier auch noch eine fackeln so ich habe allerdings jetzt nur noch eine so jetzt nehmen wir ein bisschen die kohle mit und dann wohnen wir uns auch noch ein bisschen koppelstowns damit wir dann gleich ordentliches aus haben aber ich würde auf jeden fall den grundriss des hauses würde ich aus dem normalen holz machen sprich nicht aus wurden pläcks und dann die zwischenräume natürlich fenster und dann aus briggs macht also diese steinziegel wenn man nicht wie viel dienst sonst ich habe die karten total cool die idee ehrlich gesagt aber lass dich überraschen ja okay dann lassen wir uns mal mal waschen wir sind wieder mit dem buch hier ein äh jetzt habe ich hier gerade eine fackel abgerissen und ich habe gerade geleckt hier so dann machen wir uns dann weil ich glaube so viel aufbau und deswegen lecker sind ja ich brauche ja auch und die kommen wir hier dran ach hier ist die jetzt machen wir uns hier erstmal so einen kleinen anfang überall mal kurz und wir abbauen das ist jetzt eine kleine organisierte mien oder sowas weil es ja erstmal nur ein eigentlich überleben ach nee okay dann ist das nicht neu vielleicht dachte das wäre um mich mein ähm ja ich weiß schon was du meinst und auf dem rückblick bringt man bitte ein bisschen äh was von dem äh wie heißt das hier ich kann mal gucken hier erstmal mach ich glaube ich eine spitze komplett leer auch wenn es jetzt nicht zu nicht so spannend ist aber es gehört dazu ist halt Minecraft und wir wollen jetzt hier auch nicht alles Farming offline machen weil bestimmt wenn wir gerade machen alles online genau nichts machen wir außer wenn wir zum Beispiel mal einen kompletten Berg weg machen müssen oder so dann nehmen wir das zwar auch aber dann in Zeitrafer dann nehmen wir uns noch einen Computer und stellen den irgendwo hin den mit dem nehmen wir auf und wir beide bauen dann ab so also außen generativen sonst ja genau so machen wir das und jetzt hätten wir hier auch schon mal übern Stack schon und wenn man das doch von Borg dann summiert dann haben wir schon mal einigermaßen viel Ahja eine Sache wollte ich noch zum Let's Play Together sagen zwar ihr kennt ja hoffentlich alle meine äh mein Singleplayer Projekte äh wenn nicht dann könnt ihr einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen ähm das ist aber ein anderes Thema und zwar wir wollen eigentlich jeden Tag eine Let's Play Together Folge raushauen ja das stimmt könnte auch sein dass wir das ähm äh immer ändern dass wir zum Beispiel abwechselnd ähm Let's Play Together und Singleplayer Projekt hochladen weil ich hatte auch noch eine Idee für ein weiteres Singleplayer Projekt und ich wollte auch nicht äh zu viel am Tag hochladen weil das wäre dann auch ein bisschen blöd wenn die ganze Zeit das Internet am Tag rumschneckt ich könnte auch ordentlich dann verstehen aber am Montag habe ich sowieso etwas schnelleres Internet und dann müssen wir mal gucken wie viel wir dann hochladen auf jeden Fall mit Tutorials und so weiter also wir können mal so jetzt ist die Spitzhacke leer wir können mal pro Woche immer jeden Tag ein bis zwei Videos von ausgehen weil wir haben natürlich auch noch Schule nebenbei und können nicht permanent was hochladen ich hab schon mal zwei Äpfel zwei Äpfel und äh zwei normale Pilze und einen Fliegenpilz damit könnten wir uns schon mal äh Pilsuppe machen ja aber Äpfel braucht man gar nicht für die Pilze voll ja also Äpfel auch kann man halt essen also Goldene Äpfel und dafür brauchen wir erstmal ähm Gold aber Gold habe ich auch eben schon gesehen ganz am Anfang gehabt bis denn noch äh im ersten Part als wir gerade angefangen haben wir sind jetzt gerade entweder noch ganz am Ende im Part 2 oder schon im Part 3 Part 3 so viel ja ich weiß noch nicht wann ich die Katze genau machen ich rede ja nicht immer nur so ganz kurzsetzt 10 Minuten oder? ja genau mal schauen wie wir das schneiden mal gucken auf jeden Fall sind wir jetzt schon entweder Part 2 Ende oder Part 3 Anfang ist aber egal ähm ja so wichtig ist das jetzt auch ja das stimmt und ich mache hier noch mal ein quitzkleines bisschen weiter aber dann möchte ich mal sagen reicht das auch fürs Erste und dann werde ich die Schmarrer in den Ofen tun möchten wir uns dann gleich die Bricks daraus machen können also aus dem Cleanstone wieder als der Kuchen und dann